ein von herzen kommendes hallo liebe leute bei einer runde ttt auf der map nuketown wer sie kennt von cs die kleinen cs go spaß die kinder es ist immer noch eine cod ich freue mich auch drauf gut und der antwort dann viel spaß auf dieser riesengroßen danke dass du mich nicht bewusst hast er hat danach noch gefragt wie deine aufnahmen ganz ehrlich cs und cod das sind sowieso alles dieselben dinger auf so jeden fall in cs go gibts mehr hacker und in cod weniger spieler wer kennt sie nicht nuketown aus cs die folge immer wieder gut gleich gleich erst mal die plot twist am anfang ich habe was für dich warte ja ja ich bin gelaufen hier wurde jemand gemessert hier unten hier ist jemand gemessert worden hier liegt einer wer ist das sascha ich sag so ich hab was für dich sascha ist tot gemessert ok sonic mach dich noch verdächtiger sonic ist ab sofort verdächtig auf der anderen seite der map leider leider hat das ja jemand gesehen sagen sie alle ich würde gerne sascha gekrater das würde ich sogar zugeben weil ich bin noch da aber leider mann wer hat denn was kann man denn da machen lustiges krater du sollst doch sascha nicht töten der wollte mich doch töten ich wollte ihn auf die wand guck mal guck mal dahinten drei einschlusslöcher von mir in der wand hallo ich geh mal meinen spaß haben ich bin nochmal weg lass mich mal in ruhe ich mach jetzt was was immer mal nur als dete kann geh weg fliege allein mit ihm sein sag nicht das geht nicht kann man irgendwie in die duft sprengen oder so Leute das geht nicht ok den müll einmal kann ich dich auch nicht werfen also das ist schon mal eine gute runde für mich ich bin doch nicht tot die runde auch toll Sascha ist schon hier rein auch hier ist ein truck sascha hier können wir dich ins ausland schicken ins ausland schicken muss sascha abschieben irgendwer schießt auf uns hier drin hab ich gehört hm ne da hat auch so einer mit der grover gegen geschlagen nein ich hab hier drauf geschlagen hier auf den zack kannst du nicht auf den zack steve links willst du du hast bei mir keine waffe in der hand wer warte jetzt jetzt hast du deine waffe in der hand ok ich hatte zwar die ganze zeit die waffe in der hand du hattest bei mir jetzt wirklich keine waffe in der hand ich kann ja auch hier die hier ist die rammington hier ist das hier ist die hi sashamude 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 hui hast du noch mehr waffen die du mir zeigen kannst ey nicht wegrutschen dann halt nicht hä wird die waffe? er hat dir das verarsucht warte mal sitzen wir dich einfach mal hierhin hier liegt ein stevie hört sich doch mal ordentlich hin Sascha Mensch ey hast du das nicht gelernt im Kindergarten damals vor 2 Jahren wir einfach mal hinlegen stevie ist tot? ja wenn ich stevie gar nicht zu Sascha sitzen dann ist Sascha nicht mehr so alleine ich müsste ja natürlich jetzt detektieren als detective, aber dann soll ich lieber scheißen ja, leichenparty dankeschön, warte ich muss Sascha noch irgendwie die leichen, leichenparty ei 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 warte, warte, warte ich steh mal kurz AFK rum, ich muss noch kurz schreiben tivi, du hast da was im Gesicht hast du wieder die Tage? du hast gesagt du sollst, wenn du die Tage hast ne Maske aufsetzen oder so damit die das nicht wiederbissen Achtung, Heiler, es steht da ne Bombe ist natürlich da aber Heiler ist sowieso von daher hey ma ich weiß das Heiler, das wusste ich vorhin schon ich weiß das Heiler ja weiß ich töte ihn, dann siehst du es ja ah hier ist die supergeile leichenparty ja alles klar jetzt auf die Scheibe, ich habe keine Granaten fieb mir auf den Sack oh guck mal sie kuschelt oh da fliegt gerade eine oh 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 heilige au scheiße lebst du noch, Sonic ich lebe noch, ich halte sie in der Hand ich halte sie in der Hand ich halte sie in der Hand, sagt er ich halte sie in der Hand ich halte sie in der Hand wie er nicht stirbt wie er nicht stirbt Sonic du hast doch gesagt, ich sollte ne Maske aufziehen Sascha, ich hätte dich wiederbelebt aber so ein komischer Affe klaut die Leiche ja, ich besetze ne Maske hier wirklich ich habe Sascha gekillt und wollte dann Sascha wiederbeleben und hatte dadurch keine Punkte mehr um irgendwas anderes zu machen den Part musst du dir anschauen und wen hast du gekillt? Kein Sonic einmal zur Info, ich war nie im Kindergarten ach doch, Stevie was ist mit dir los? du warst nie im Kindergarten? Sonic dadurch, dass ich nämlich die Facecam aktiv habe er weiß ja, Homelearning jetzt schieb das wieder auf die Facecam was, er hat gesagt ich soll ne Maske anziehen also, ich mach kurz meine Maske ran geholt oh nein, Feuer aber die Warenfrage ist doch frei, FK 18 diese Folge, alles als ob du das umstellst welches Faggot wirft dir ne scheiß Brandgranate ach Leute ich bin ganz kurz durch den Smoke den du geworfen hast bisschen reingepackt gewesen in die Ecke bisschen reingepackt durch den Smoke ja, ich hab ja, ich hab erst mal übersprühen erst mal übersprühen Matisse er hat mich gefunden aber du kannst mich nicht übersprühen hab ich warum kannst du mich hier übersprühen na warte dafür stirbst du mit der Tasse stirbst hattest du mich eben grad auch gemessert gehabt ja ja natürlich hab ich dich gemessert mit der heiligen Bibel bestraf ich dich verdammt du musst dazu noch was anderes sagen Sascha, wolltest du mich etwa umlegen dafür willst du mich doch töten warte, wo bist du oh nein, wieder mal weg mit ich suche ich suche euch ich suche euch du kannst hier nicht stimmen easy ja ich bin wie die Bösewichte bei Family Guy mann ist der leicht zu treffen nicht ich treffe ihn bestimmt nicht ne da oben im äh wie alles übersprüht wurde ich will ich will finden hier ist ne Leiche ah Alter Alter ich äh mal verwechseln ich wurde angeschossen mit was wurde er Sonic ist wounded ich bin mit so ner mit dieser Brain Dingens bin ich angeschossen mit dieser Brain Dingens ich hab ihn nicht getötet ja aber von wem wurde wahrscheinlich gesniped ist die Parasiets stevie von wem weiß weiß hier heißt keiner weiß stevie mann stevie hat uns nur gefloppt was warte 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 gehen die denn ja ich hab Traitor gekillt alles cool ich hab Traitor gekillt alles ist ok total random ist nicht so cool Aesthetic hat den Traitor gekillt und du Aesthetic nein hab ich nicht ja auf mich wurde geschossen willst du mich verarschen hier raus raus sofort ja mach das dann lass mich alleine mit meinen Freunden ich hab jetzt mal gespart nein du gehst raus sofort da runter runter nein runter jetzt nein stevie mitnehmen stevie mitnehmen hallo was stevie nur kurz du gehst auch raus jetzt ich glaube es hackt ich will gegen dich zu fuck weißt du wieso werden eigentlich alle geheilt allen wird vertraut wenn die Traitor töten aber mir nicht ja weil ein Traitor von der Double Barrel gekillt wurde ja hä oh Sonic bleibt diesmal nicht in seinem Truck warum nicht und du ne Sniper in der Hand hattest das folgender weise keinen Sinn macht was du sagst das ist ein guter Punkt das siehst du sag mal bitte wie ist Malex gestorben von welcher Waffe Double Barrel ok dann Sonic ne musst du leider sterben tut mir leid fuck nein ich hab doch geschossen mh ja ich ja wo spawnen die denn hier AD behind Ach, da hab ich auch was gebombt. Warte mal, du hast... Ach, Sascha, du bist schon ne Lude, ne? Oh, wie geil. Also, jetzt musst du eigentlich sterben. Oh, fucking awesome. Wie die Leute einfach immer den Überlebenden killen. Aus Reflex, weil sie denken, oh, der muss es sein, der ist ja noch nicht vorbei. Sascha, ey, das war insane. Ne, in deinem Fall war es halt der zweite Traitor. Da war es unlucky. Ja, der Traitor hat auf mich geschossen. Malik, wieso stirbst du eigentlich immer? Ja, ja, Malik. Du hast Malik getwittert und Sonic hat dich getwittert. Ich muss halt richtig sterben. Ich hab den Headshot gegeben. Instant Headdy hab ich der gedrückt. Ein schöner Schuss. Ja, ich stand ja auch nur, sorry. Nein, du bist halt, du bist tatsächlich gelaufen in dem Moment gerade. Ja, klar, ich bin gestrayed. Das hab ich ja getroffen. Ich kann, ich kann auch nicht schwierig treffen. Ich fechse von der SG5, äh, auf die SG552. Das war ein super Wechsel. Ja, aber würde ich auch immer wieder machen. Die Nefiti. Sascha, wer ist ein Mongo? Jetzt hast du schon zwei Gründe, mich zu töten. Einmal letzte Runde und einmal das gerade eben. Ja, ja. Du kommst vorbei oder was? Du kommst nicht durch. Kommst nicht durch. Kommst nicht durch. Ja, auf dieser Map kann man mich übersprühen. Habt viel Spaß. Hi Sascha. Was passiert, Matisse? Was ist auch das beim Stray wieder aufnimmt? Hinter dir liegt eine Granate? Ich krieg dir aber nichts. Na Sascha, wie geht's? Was willst du? Wow, hier bist du geschossen. Ja, Sonic geht mir auf den Sack. Weißt du was, Matisse? Warte hin. Oh Stoff. Oh Stoff. Stoff. Hör auf. Oh Stoff. Alles klar, Sascha. Das Static schießt auf mich. Achso. Nein. Es kommt gleich auf die. Stoff. Hä? Zeck das mit dem Stoff wieder an. Ernsthaft? Ja, natürlich. Wie geht's? Heiser, Sascha, wie geht's? Oh nein, das ist Stevie. Heiser. Weh bledig, hä? Ja, öh, SA bledig. Befussierungstaktik. LOL! LOL! Was ist hier los? Das ist die Gravigranale. Das ist die Gravigranale. Was ist das? Auf mich von... Ey Leute, der liegt noch. Peaceflyer. Alles safe. Okay. Nein, nein, nein. Das? Ja! Du bist jetzt im Himmel, Stevie. Hey, das ist der. Kann man den da oben abschießen, oder? Ist der ein Vogel? Ist der ein Glück? Nein, das ist Stevie. Kannst du mich heilen? Lass mich am Leben! Ich bin immer noch ein bisschen salzig. Du bist immer noch was schuldig. Du bist immer noch was schuldig. Wenn du mit dem Traitoron immer sofort stirbst. Ich hab beide Traitoron fast allein gewonnen. Die eine hab ich alleine geholt. Aha. Und die andere auch fast. Du bist mir was schuldig. Alles klar, Sascha. Oh Gott. Alles klar, Sascha. Ah! Oh shit. Falsch. Ladek. Ey! Ladek. Das war klar. Ey! RANDOM! Sascha noch. Oben im Haus. Ja! Dankeschön! Das ist er wieder. So. Jetzt mal kurz. Könnt ihr mir erklären was das gerade war? RANDOM! 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 Die ist ein bisschen verbuggt mit der Mutter. Äh mit der Mutter sag ich. Mit der Map. Mit der Mutter? Das war komplett RANDOM, Alex. Sonic macht's mit raus. Das war RANDOM. Das war RANDOM. Das war nicht RANDOM. Doch! Ich hab auf Sascha geschossen. Ich hab auf Sascha geschossen. Junge hör auf gleichzeitig in beiden Chats zu lauern. Ich kann nix dafür. Die Taste ist verpackt. Ja geh geh. Ja weil du mich halt einfach gekillt hast als ich geredet hab. Da bist du selbst dran schuld. Ja stimmt. Ja stimmt. Das ist schon fast sowas. Ich nutze immer den Chats. Ja das sehe ich auch. Iwi ist zu checket. Oh das hat er ja einen beiden Chats auf der Hand. Alter! Warum? Nein Sonic ich hab mich nur im Traitor chatten. Alles klar. Iwi ist direkt gestorben hier rechts. Äh warte mal. Ja. Nee der wurde gerade umgedacht. Läuft. Moment ich hab die Waffe vergessen. Obwesli doch ein Schatz. Es kribbelt. Es dürftet ihr nix mehr hören. Es kribbelt im Finger. Ich hab's gerade ausgeschaltet. Ja das hört man auf. Ja das hört man auf. Kribbelt im Finger. Oh. Oh. Schöne Waffe. Okay ich hab dich nicht getroffen. Oh. Na mach mal Platz hier. Danke. Nein. Putz die Negger vorhin. Soll einer ist gestorben. Sonic eigentlich hab ich dich gern mit der Graftnade getroffen ey. Ja schade was. Ja das ist schon ärgerlich. Schon schade was. Vor allem da waren die auf einmal so viele und trotzdem erwischen. Was? War ärgerlich. Was ist was? Du erwischst mich weil du mich nicht erwischen sollst. Oh ich würde jetzt gerne in Stairing reinwerfen ne? Ich hab ne sehr. Ich hab selber ne eine. So. Ja. Ich hab leider keine dabei sonst hätt ich schon eine geworfen. Hat jemand einen Stairing geworfen? Ja, hab ich doch gesagt! Bist du nicht gerade selbst? Nein, bitte nicht! Lass mich hier! Ich bin doch draußen hier, hallo! Ich dachte gerade schon! Ich bin vor deinen Augen einfach rausgeschlagen! Ich hab meine hier noch! Hier, die kommt jetzt da rein! Ich kann es schaffen! Ich such mir schnell eine Granate! Ja, ich hab noch eine nachgeworfen! Alles klar, sehr gut! Ich hasse euch! Du hast mich! Ich höre nur das Geräusch! Okay, ich wurde überschrieben! Hey! Alles klar, Bleddick! Alles klar! Ich glaube, Bleddick ist ein bisschen salzig! Aber warum? Was hast du gemacht? Weil ich ihn in der vorigen Runde getötet habe! Kann ich ihn einfach über den Haufen baggern? Würde mich dann jemand umbringen? Ich bin der Kaste! Ja, praktisch! Was? Oh! 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 Hallo! Wie geht's das denn? GGS Test! Oh! Boah! Bleddick! Hast du das nicht gesehen, Bleddick? Ja, man sieht ja nix! Aber ich stand da mit der Folge nicht! Aber ich stand da mit der Folge nicht! Ich bin bei mir nicht! Sascha ist Trailer! Hä? Was? Ich hab gesehen, dass du ein Trailer bist! Auf Anzeigefehler! Nein, Bleddick! Wirklich! Sascha, ich balle dich über den Haufen, wenn ich dich sehe! Ja, okay! Du musst nur gewinnen! Ich hab gesehen, dass du ein Trailer bist! Anzeigefehler! Okay! Welche Taste habe ich denn gedrückt? Oh! Ich stehe auf jeden Fall! Bleddick hat schon wieder vergessen wie bei der Rede! Bleddick steht hier echt nur rum! Ja, der versucht mit uns zu kommunizieren! Mal schau, dass es ist! Ja, ich glaub... Das Problem ist... Wenn man... Bitte? Nee, doch nicht! Doch nicht! Alles klar! Was ist das hier? Das Problem ist, wenn man in scheiß blöde Valve spielen, die Lautstärke des Mikrofons ändert, dann ist das nicht in dem Spiel, dann ist das am ganzen Rechner! Das ist ein Affenfach! Gut, dass du das nochmal zweimal gesagt hast, sonst hätte ich es nicht verstanden! Hörst du jetzt auf! Was denn? Du bist das halt! Nein! Doch! Hier, nimm die! Das wäre jetzt auch... Lass mal nicht! Oh, warte mal! Lauf mal weg! Lauf mal weg! Alter! Du bist so eine Mauer! Du bist der Ding ist nämlich gestorben! Ah, guck mal! Du bist ja, dass du es bist! Du wärst schon tot, Sascha! Glaub mir, verspott! Ach, Blödsinn! Glaub mal! Ich hab dich schon angeschossen, ja? Ich greffe ihn nicht! Ich greffe ihn nicht! Wo ist er? Ich hab mich schon ein bisschen gestorben! Schlecht, ey! Ja, ach, erkennst du es auch mal! Mann! Nix kannst du, Alter! Gar einfach nichts! Nada, niente! Nada, niente, ne? Geh mal weg! Äh, das Ding wurde gesnipet! Licken, Blattdick! Oh, da kommt der Mann! What the hell! Yo! Wie los! Witz du! Witz du! Witz du! Witz! 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 TofOK! Witz! Livz! Wie alles! chii- ZI Maj Sne 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 war man jetzt durch ja sagen können ich wollte ihm gerade einen schönen header drücken man ist ja langweilig mein haus wir mal rechts verfolgen mich du bist ja auch alter nerv mich nicht lol hauenbahnbad für mich finde ich gut und es ist halt ins awp fand ich jetzt schon geil so schlecht gesehen hast du trotzdem töten die sache ist ich habe bis auf malix keinen weiteren gekillt ich habe wirklich niemanden gekillt, nichts gemacht, kein gar nichts gekillt nein da wir Sonic noch ein bisschen abfacken wollten müssen wir leider den hier oh nein, oh nein oh nein du bist so ne Mongo ne alter ich habe 27 punkte, scheiße, ich habe ne punkte warum warum ich hab's nein Mann hast du dein Leben, Alter, was ist das denn hier schon wieder ich würde Sascha gerne so gerne umlegen gerade Sascha ist Fickel so lernt man FreeSkiss ich gehe da lang Leute, Kinder, merkt euch das? So macht man sich unbeliebt, ja ich gehe da lang also, also Leute, merkt euch, wer das ist wie Sascha genau ich weiß nicht ich brauche so ein richtiges Stück Scheiße ich hab gedacht, ich was das rieb boah, deine Eltern, nein, nein, von denen brauchen wir gar nicht erst anfangen zu reden Sascha, dadurch hast du, obwohl du gedacht hast, du bist eigentlich nicht verbiegen ich muss dich nicht bewegen ich hab ja schon das dritte Reich war ein Unheil für die Menschheit, nein, aber deine Aktion nicht mehr ich hab ja schon das dritte Reich war ein Unheil für die Menschheit, nein, aber deine Aktion nicht mehr da will ich sehen Okay, dann krieg ich die Treppe halt wieder runter Hi Sascha, wie geht's dir? Ja, das ist gut, ich suche Sonic Wisst ihr, wenn er Bei Sascha gerne aufzahlen ist gefährlich, ne Seiten ist ein Hai Ein Hai? Ein Hai? Ja, ein Hai Heiner? Hei! 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 Nein, das ist Malek Wo ist Sonic? Hier oben Sascha, du hast es eigentlich verdient Ha, ich konnte Stevie übersprühen Ah, Sonic Warum konntest du mich denn jetzt übersprühen? Andere Oberfläche Meinst du? hier liegt ein toter ich drehe mich um ihn herum was heißt denn hier schon die ganze zeit ich will jetzt das erste mal hier drüben ja okay das bringt jetzt nicht so viel liegt meine gute oh gott war der schlecht so schnell geht jetzt aber wieso ist der was nicht mal was mich alles mit dem bitte ich gehe dich nicht versprochen das bitte ich kann nicht treffen danke ich bin extrem verwirrt ich liebe es ich hasse dich ja aber halt nur fast sommer lex jetzt kommen doch mal her so wir müssen wieder einschalten die anderen leute ja ich habe nicht diesen blöden flug bin ich von mir losgeworden mit der blöden sticky bomb bis zum nächsten mal tschau 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 zu spät oh war das